hallo euch allen da sind wir wieder beim baden nfl 19 es gibt einen neuen event und zwar ein neues daily fun house escape und da wollen wir jetzt heute zum ersten mal reinschauen donat 4 failure so wenn ich das richtig ist bekommen wir hier einzelne aufgaben secret objekts macht wie dann und first play ich bin ich habe keine ahnung was das sei jetzt erwartet wir schauen uns das einfach mal an wir spielen auf jeden fall gegen die stilers wie gesagt ich habe keine ahnung was da jetzt kommt wir spielen im regen in pittsburg und damit hören auch meine information auch schon auf wie hat ich weiß nicht was hier passiert ist noch ein secret object geben vielleicht bekommen wir da war ich noch ein paar ein paar hinweise also soll irgendwas in richtung rätsel gehen wobei ich mich frage wie kann man rätsel in einem footballspiel unterbringen ich meine gegnerische die fans gibt mir immer genug rätsel auf allerdings auch meine offens muss ich sagen selbst wenn ich selbst am zug bin deswegen bin ich mal sehr gespannt was da jetzt gleich kommen wird so komplettes challenge in one play got to challenge gold in the pause menu to view the will during a challenge ok so dass deck press geht wir machen wir eben so wie es uns geheißen ist challenge goal secret object must be done in one play ich werde einfach mal ein field goal schießen was anderes fällt mir jetzt hier gerade nicht ein ich habe ich bin fertig gebe ich auf und ich zu wird dann werde ich jetzt mal versuchen ein ja einfach den vierten versuch hier auszuspielen versuchen wir das mal ob es das ist was sie was sie wollen ich bin etwas konsterniert schauen wir mal so wir gehen auf talons der macht den touchdown was kann man noch für eine variante wir können noch das viel gold faken da dürfte jetzt eine totale katastrophe werden weil ich habe mir den langsamsten quarterback aller zeiten der ist aber trotzdem in die endzone schafft so wir haben wir haben jetzt gefakt must be done on the first play ich habe keine ahnung was ich hier machen soll aber davon eine menge sie goals complete this challenge in one play go to the challenge go in the pause menu to view the riddle during a challenge selbst das haben wir jetzt gemacht also ich habe jetzt nicht mehr viele varianten ich habe jetzt eigentlich alles probiert ich habe den viel cool probieren wir noch mal ein fake viel cool was eben war es ja der run schauen wir mal was daran passiert okay also sie haben es geschafft es gibt mir auf jeden fall hier echt rätsel auf das muss man sagen haben sie geschafft sondern wir noch eine zweite pass variante probieren wir die auch mal das muss man wie sie war frei und man hat schon erzählt und ist hier irgendwas kaputt oder was oder wie ich verschieße mal das viel kohl immer aus spaß so viel geschossen pittswerk hat gewonnen und das spiel ist aus alter wie blöd ist das denn okay wir haben die challenge geschafft aber naja bis zum nächsten mal ciao ciao бал tab t